Das kommt dann unten rein, da kommt ein Package rein. Why not, oder? Das passt ja nicht rein bei dir. Schauen wir mal, das muss man irgendwie zusammenpacken, oder? Ja, vorne ordentlich zusammen und dann... Also ich habe heute ein Akt-Shooting. Ich werde bemalt oder mit Farbe beschmissen, ich weiß es noch nicht. Geschockt war ich eigentlich am Anfang, weil ich gedacht habe, ich muss ganz nackt da stehen. Ich bin halt richtig froh, dass ich nicht das Akt-Modell bin und beneide den Damen sicher nicht. Ich klebe in den Lichtern im Sack.